Und nicht alles nur auf die Karte der Meditation setzen. Auch nicht alles auf die Karte des Körpers oder alles nur emotional betrachten. Es ist so, alles zusammen zu verbinden und wirklich individuell zu spüren, was braucht mein Leben, was braucht meine Seele. Darum geht es. Ganzheitliche Gesundheit ist für mich ein natürliches Verständnis über das Leben und die Gesundheit. Ich kann mir nicht ganzheitliche Gesundheit in dem Sinne nicht vorstellen. Und tatsächlich ist es aber im Allgemeinverständnis oftmals so, dass man einseitig denkt. Und zum Beispiel sagt, ich brauche nur meinen Körper zu stehlen, ich brauche nur meine Muskeln zu trainieren, dann bin ich gesund. Oder anderes einseitiges Gedankengut über die Gesundheit. Ich brauche nur so und so richtig zu essen und dann bin ich gesund. Oder anderes genauso einseitig, ich brauche nur so und so richtig zu meditieren und dann bin ich gesund. Das heißt, der eine legt den Wert, den Schwerpunkt auf den Körper, der andere auf den Emotionen, der andere auf den Gedanken. Und letztendlich nutzen wir dann nicht unser ganzes Potenzial und werden auch unserer Trinität, unserer Gesamtheit, unserem Körper, Seele und Geist, unserer Physis, unserer emotionalen Gesundheit und Intelligenz gar nicht wirklich gerecht. Ich kann an mir sehr gut erkennen, für mich ist, für meine emotionale Gesundheit und mentale Kraft und Erfolg ist tägliche, regelmäßige Meditation, diese innere Ordnung sehr wichtig. Doch das ersetzt nicht eine ausgewogene Ernährung. Ausgewogene Ernährung meine ich nicht mit ernster Einseitiger, denn auch die Seele braucht mal süße Tage und Seelennahrung und damit geht es auch in der Ernährung um die Balance. Und gleichzeitig auf ausgewogene Ernährung zu achten, mit Genuss, aber auch Genügsamkeit zu essen, ersetzt nicht Bewegung und Sport, das Nutzen von Muskeln, denn wir sind ja von Naturevolution aus Bewegungsnaturelle ebenfalls. Und tatsächlich, wenn ich Sport mache und Yoga mache, stelle ich auch mental natürlich fest, dass Bewusstsein Bewegung braucht. Also brauche ich nicht nur als Bewusstseinsentfaltung neues Gedankengut, neue Ansätze, Gedankenansätze, Intelligenzförderung für meine emotionalen Bewusstseinserweiterung. Nicht nur neue Gefühle, neue Erlebnisse, eine Vielfalt und auch Ruhe durch Meditation, sondern auch Bewusstsein braucht Bewegung. Auch wenn wir in die Erdung kommen durch die Nutzung des Körpers, wenn wir uns wirklich auch geerdet fühlen, schöpfen wir auch unser vollstes Potenzial. Ich habe sogar von den Engeln gelernt, je feingeistiger ich werde, was bei mir natürlich durch die Hellsichtigkeit automatisch einhergeht, umso geerdeter muss ich werden. Das bedeutet selbstsicherer, im Körper stärker und dem Leben zugewandter, also bodenständiger, deshalb stehe ich für die bodenständige Spiritualität. Ansonsten, je feingeistiger man wird, besteht auch die Gefahr, sich zu verlieren, in den Sphären, sogar in Illusionen, von innen nicht frei zu sein. Wenn man sich nur materiell orientiert, kann die Seele auf der Strecke bleiben. Und was rund für einen ist, das kann natürlich nur jeder selbst beantworten, durch sein Wohlbefinden, durch sein Bauchgefühl. Der Körper zeigt uns ziemlich genau, was es braucht und wie viel und unser Wohlbefinden. Und sehr stark wurde mir das bewusst, wie wichtig auch der Körper ist. Am Anfang meiner spirituellen Berufung, vor circa 20 Jahren, als ein, ich habe in der Naturheilpraxis damals gearbeitet und ein Patient kam in die Praxis. Und es war ein circa 45, 48-jähriger Mann. Er hatte sehr schöne Ausstrahlung. Er war attraktiv auf seine Weise, sehr sympathisch. Und er wollte bei seiner Engelbotschaft von seinem Schutzengel wissen, welches Prostatamittel er nehmen soll, welches Kürbispräparat ihm helfen würde. Ich meine, abgesehen davon, dass der Schutzengel kein Arzt ist und man an ihn keine medikamentösen Fragen stellt, hat es mich gewundert, dass in dem Alter, jungen Alter, der Leib, die Erdung, Wurzelchakra nicht stark genug ist, zu schwächeln beginnt. Und da, gerade auch dieser Sexualbereich, und da auch Prostata als Muskel durch Aktivität genährt und gesund wird, und das bedeutet durch regelmäßige Orgasme, bedeutet es, dass wir auch gesunden Bezug zu unserem Körper und zum Genuss der Sexualität brauchen. Und damit ist es etwas Schönes und Wichtiges. Und ich fragte ihn, ob da ein Konflikt sein könnte. Und dann sagte er, nee, ich habe keinen Konflikt. Und ich so, leben Sie denn erfüllende Sexualität? Weil ich kannte auch seine Frau vom Sehen her, und es war eine schöne, auch eine mit wundervoller Ausstrahlung attraktive Frau im besten Alter ihres Lebens. Und dann sagte er, nein, ich habe keinen Konflikt mit Sexualität, ich habe zwar Bedürfnisse, aber ich lebe sie nicht aus, denn meine Frau hat entschieden, wir sollen unseren sexuellen Trieb, unsere sexuellen Gefühle, was aber nichts anderes ist als Gefühl nach Nähe und Intensität, und transformieren durch wegmeditieren. Das fand ich unsexy. Und dann sagte ich zu ihm, aber wissen Sie, indem Sie Ihre Bedürfnisse vernachlässigen, durch eine Illusion, und vernachlässigen Sie Ihren Körper, der das ja anscheinend braucht, und das zeigte er Ihnen ja auch aus. Und damit muss ich Ihnen leider die Botschaft geben, dass Kürbis in diesem Sinne nicht die Lösung sein wird, wie Kürbis gerne. Und dann meinte er, ja, was soll ich denn machen? Sprechen? Sich dem Problem stellen? Das soll man in Beziehungen machen? Und denn Sexualität ist die intensivste Form vom Ausdruck unserer Persönlichkeit, denn wo zeigen wir uns so nah, wo öffnen wir uns so intensiv? Und damit ist das ja absolut emotionalster Weg. Also kümmern Sie sich um Ihre emotionale Gesundheit und auch um die entsprechende Lebenseinstellung. Setzen Sie sich gefälligst mit Ihrer Ehe auseinander. Und das hat ihm nicht gefallen. Aber was soll man machen? Der Körper, die Körpersprache, die Körperweisheit sollte man, dieser sollte man auch lauschen. Und nicht alles nur auf die Karte der Meditation setzen. Auch nicht alles auf die Karte des Körpers oder alles nur emotional betrachten. Es ist so, alles zusammen zu verbinden und wirklich individuell zu spüren, was braucht mein Leben, was braucht meine Seele. Darum geht es durch und durch. Und so achte ich auch jeden Tag auf mein Bauchgefühl und hinterfrage auch vielleicht Vorstellungen oder Vorstellungen von so einem sogenannten gesunden Leben, wenn mein Körper das anders möchte. Und manchmal darf es auch sein, die Einstellung, Schokolade fragt nicht, Schokolade versteht. Aber es braucht nicht jeden Tag zu sein, das Maß aller Dinge. Gesundheit ist zwar ein natürlicher Zustand, etwas Natürliches, aber nichts Selbstverständliches. Und die ersten 20 Jahre meines Lebens waren geprägt von der Abwesenheit, von Gesundheit. Tatsächlich konnten mir leider die Ärzte damals nicht helfen und auch Heilpraktiker. Und letztendlich hat mich das Schicksal dazu geführt, durch mir selber zu helfen zu können, durch meine geistige Anbindung, spirituelle Kraft, durch Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Ich bin immer sehr glücklich, wenn mir, meinen Mitmenschen, die Schulmedizin helfen kann. Ich integriere sie unbedingt auch in mein ganzheitliches Verständnis. Einfach schauen, was bringt einen weiter. Oder Naturheilkunde helfen kann, Psychotherapie helfen kann. Und bei mir war, ich hatte einen speziellen Weg durch meine Hellsichtigkeit. Ich hatte große Not, dass ich viele, viele Fragen hatte, die kein Mensch mir beantworten konnte. Und ich aber das Glück hatte, die Fragen an die Engel zu stellen. Und im ersten Jahr gab ich keine Ruhe, bis ich all meine Fragen beantwortet, erlebt habe. Ich hatte auch das Glück, dass ich damals in der Naturheilpraxis zum psychologischen Wissen kam, durch meine Heilpraktiker-Kollegen damals. Und damit dieses spirituelle Engelwissen mit der menschlichen Psychologie verbinden konnte. Und plötzlich wurde das Ganze noch mal griffiger. Und diese emotionale Friede durch das Finden meiner Antworten nach dem Lebenssinn, nach meiner Bestimmung, diese mentale Ruhe, in dem plötzlich für mich das Leben nicht ein Fragezeichen, sondern Ausführungszeichen wurde, hat auch meinen Körper, meine Nerven zur Ruhe bringen lassen, so dass die auch körperliche Zelldurchlichtung stattfinden konnte und so vieles heilen konnte durch die Ruhe, durch den Frieden. In diesem Prozess fast wie von alleine. Und Gesundheit, dieser natürliche Zustand, ist für mich zu einem Normalzustand geworden. Natürlich habe ich aber nicht nur meditiert, gerade für mich Erdung in Form von Sport war schon immer wichtig. Damit gehört für mich auch regelmäßige sportliche Aktivität dazu, sonst fühle ich mich auch nicht ausbalanciert, so dass mein Körper vernachlässigend. Und da tatsächlich unsere Zivilisationserkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen überwiegend durch einseitige Ernährung, nicht mehr natürliche Ernährung unserer Gesellschaft zusammenhängt und gehört auch für mich ausgewogene Ernährung, diszipliniert, bewusst, aber mit Spaß dazu, so dass ich überwiegend pflanzenbasiert mich ernähre und darauf achte, auch Basenfasten immer wieder zu machen. Denn, wie heißt es so schön, der Tod sitzt im Darm? Oder besser gesagt, der Jungbrunnen. Aber das ist so schön, dass wir das Schleislauf-Erkrankungen, aber das Schleislauf-Erkrankungen. Untertitelung des ZDF, 2020